Hallo und herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Da haben wir uns überlegt, mach doch einfach mal einen Spaziergang durchs Jurg-Gebiet. Wir haben dazu einen ungefähr 4 km großen Rundweg zusammengestellt und als Map in Google Maps hinterlegt. Der Link befindet sich direkt unter dem Video. Und darauf haben wir auch einige Sehenswürdigkeiten angezeichnet. Und während du diesen Weg gehst, mach dir mal Gedanken über umweltbewusstes Wohnen, umweltbewusstes Leben und lass die Einbrücke von diesem Spaziergang auf dich wirken. Das wäre unsere Bitte. Es ist sicher ein interessantes Erlebnis. Und wir würden uns freuen, wenn da einige mitmachen. Und ansonsten noch eine schöne Adventszeit, die restlichen Tage bis Weihnachten. Vielen Dank fürs Ansehen.